KUTAN Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiker Service, hervorragendes Know-how, Seriösität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Aktuell brennt es bei der Recyclingfirma Zeller im Rhein-Pfalz-Kreis in Mutterstadt. Eine Halle mit Recyclingmaterial steht in Vollbrand. Die freiwilligen Feuerwehren aus der Region sind im Einsatz. Es hat sich eine starke Rauchsäule entwickelt, die sich Richtung Mutterstadt ausbreitet. Die Bürger sind aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Neben den Feuerwehren sind Rettungsdienste sowie Polizei im Einsatz. Die Brandursache ist aktuell noch nicht bekannt. MRN News.de wird sie auf dem Laufenden halten und nachberichten. MDR liveimum stiroten. Bis zum nächsten Mal.